Wie ihr vielleicht wisst, war ja heute die WWDC und da hat Apple ein paar neue Sachen vorgestellt. Die möchte ich jetzt mal so im Schnelldurchgang einfach mal so durchgehen, euch mal so ein paar der wichtigsten Sachen von erzählen. Das Video wird jetzt keine ganzen Features enthalten, das wäre viel zu viel. Aber wir gehen mal so die Basic-Sachen durch. Als erstes erstmal macOS Line, wurde jetzt ein Datum gesetzt und zwar ist das Juli dieses Jahr. Ist verfügbar im Mac App Store, wird ein 4 GB Download und man kann es sofort installieren. Und man kann es auf jedem Mac, den man hat, mit der Lizenz installieren. Die Frage ist natürlich jetzt noch der Preis. Und zwar nicht 129 Euro, wie man es von früher kennt, sondern die neuen 29 Euro. Das finde ich jetzt ein guter Deal für ein Betriebssystem auf jeden Fall im Vergleich zu anderen. Und es ist cool, dass man es auf jedem Mac, den man hat, installieren kann. Bei iOS 5 gibt es eine Erneuerung für die Notifications, die ja immer so in kleinen Fensterchen aufgepoppt sind. Oder halt an den Fenstern oben in den kleinen Zahlen standen. Also die Zahlen werden trotzdem auch da sein. Aber es gibt jetzt ein Notification Center. Schön von Android geklaut. Herzlichen Glückwunsch Apple. Immer wieder nichts selber erfunden, aber eine gute Sache. Trotzdem kopiert. Das funktioniert genauso wie bei Android. Man zieht einfach von oben runter. Dann kommt auch so eine Liste auf mit allen Notifications, die man bekommen hat. Und von da aus kann man dann E-Mails angucken. Sich von Apps die Notifications angucken. Oder halt SMS oder Telefon oder Anrufe von da aus angucken. Und ja, eine Neuerung außerdem noch sind die Anzeigen von Notifications. Die war ja in iOS 4 in so kleinen Fensterchen, so blauen Fensterchen, die über allem anderen so aufgepoppt sind. Und jetzt ist das so wie in einem Jailbreak Tool schon mal gemacht vorher. Oben, ihr seht ja auch jetzt ein Bild. Da ist dann oben so eine Leiste und da wird dann die Notification eingeblendet. Ist eine coole Sache, dass sie das jetzt so übernommen haben. Haben sie mal aus Jailbreak gelernt, wie toll das eigentlich ist teilweise. Und es gibt noch eine Nutzung für den Log-Bildschirm. Da kann man jetzt auch seine Notifications anzeigen lassen. Weil teilweise werden die da angezeigt. Ich bin jetzt noch nicht so genau sicher, ob da jetzt alles angezeigt wird, was man an Notifications hat. Oder nur bestimmte Sachen. Oder ob man das einstellen kann. Das wäre natürlich cool. Aber auf jeden Fall könnt ihr hier auch sehen. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch Nachrichten anhören, so wie es hier aussieht. Und ja, ist eine coole Idee und cool, dass wir es endlich mal machen, wie wir es schon wollen. Weil der Log-Screen ist ja eh immer leer und den kann man ja dafür sowas eigentlich perfekt benutzen. Twittern wird auf iOS 5 auch viel einfacher. Denn sie wollen Twitter in das System wirklich mit integrieren. Das heißt, ihr könnt euch in eine Systemeinstellung mit euren Twitter-Namen oder Twitter-Daten anmelden. Und können dann aus fast jeder Application, also von Apple, twittern. Zum Beispiel Fotos, Location und alles mögliche. Das ist eine coole Sache, dass sie das so integrieren. Da muss man nicht halt immer in die Twitter-App von vorher ein Foto machen oder da ein Foto machen. Das ist halt sehr umständlich im Moment. Und so machen sie es schön einfach. Dann kann man sagen aus der Foto-App, ich möchte das jetzt twittern. Ist cool geworden. Ja, ist nett, dass Apple das macht. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir sind immer noch bei iOS, aber jetzt bei iOS Safari. Vielleicht kennt ihr das Programm oder die, ja das Programm Read it later. Da könnt ihr Artikel speichern, um die dann auch später sogar offline zu lesen. Das macht Safari jetzt mittlerweile integriert. Hier seht ihr auch nochmal ein Bild, wie diese, oder das heißt Reading List jetzt auf iOS. Da könnt ihr Artikel abspeichern zum Lesen, euch sozusagen als Bookmarks machen. Ob man die offline lesen kann, weiß ich jetzt hieraus leider noch nicht. Wäre eine coole Sache halt für einen, vor allem iPod Touch Benutzer und so, kann man sich halt Artikel mal schön abspeichern. Das nächste Feature nennt sich Reminder. Damit könnt ihr sozusagen eure von Apple gegebene To-Do-Liste machen. Da braucht ihr halt keine App mehr aus dem App Store, sondern es wird euch von Apple gegeben. Ihr könnt euch To-Dos setzen. Ja, ist cool, dass wir das integrieren. Und dann hat man jetzt mal eine wirklich schöne und einfache Alternative zu den ganzen App Store-Apps, die ich persönlich jetzt nicht so toll finde und deswegen halt auch nicht benutze. Auf dem Lockscreen gibt es jetzt außerdem noch einen Kamera-Button. Das heißt, ihr könnt direkt vom Lockscreen aus Fotos machen. Das ist eine coole Sache, weil man ja halt keinen physischen Knopf für eine Kamera hat. So kann man auf jeden Fall schnell einfach mal in die Kamera springen und man hat jetzt den Lautstärke-Hoch-Button zum Bild machen. Fällt mir dabei so ein, das wurde ja schon mal von der App benutzt. Eine App, gute Idee. App rausgeschmissen, selber das Feature genommen. Ja, so einfach kann man sich auch das Überlegen von neuen Sachen sparen. Bei der Kamera-App könnt ihr auch sozusagen Pro-Features, also in Anführungszeichen Pro-Features nutzen, wie AE und AF-Log. Das ist in dem Fall Auto-Exposure und Auto-Focus-Log. Das kennt ihr von den DSLRs vielleicht schon. Da kann man es auf jeden Fall machen. Und ihr könnt die Fotos direkt auf eurem iPhone in iOS bearbeiten und braucht dazu keine andere App mehr. Die Tastatur könnt ihr jetzt in zwei Teilen sozusagen auf dem iPad. Wenn ihr nämlich das iPad so in der Hand habt, ist es vielleicht schwerer, an die bestimmten Tasten zu kommen. Dafür kann man jetzt die Tastatur teilen und hat dann auf beiden Seiten für jeweils zwei Finger die Tastatur. Das ist eine coole Sache. Da kann man halt einfach an die Tasten ran. Ihr seht es ja auch hier. Da kann man das iPad dann wirklich in der Hand nehmen und dann eigentlich noch gut tippen. Das nächste Feature sozusagen ist, dass ein iPhone-iPad ohne PC zu setupen ist. Das heißt, wenn ihr ein iPad habt, aber kein PC, kein Problem, mit iOS 5 geht das. Ja, da kann man einfach sein Setup auf dem iPhone machen. Und wo wir gerade bei Setup sind, es gibt mittlerweile dann auch Software-Updates over the air, also kabellos ohne Computer. Das ist eine coole Sache. Wie bei Android, da hat das ja auch funktioniert, teilweise zumindest. Und ja, da müsst ihr nicht immer an iTunes rennen, wenn ihr ein Software-Update habt. Wenn ihr ein Blackberry habt oder schon mal mit einem Blackberry gearbeitet habt, kennt ihr vielleicht das Feature BBM oder Blackberry Messenger. Das gleiche gibt es bei iOS unter dem Namen iMessage. Das heißt, ihr könnt unter iOS-Geräten iPod Touch, iPhone, iPad euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ja, über 3G und alles mögliche ist eigentlich wie ein Chat-Client für iOS-Geräte. Aber nur für iOS-Geräte, nichts anderes. Das ist eine coole Idee. Okay, das ist mal ähnlich jetzt wie BBM und man muss dann halt nicht, wenn man unter iOS-Geräten das macht oder unter iOS-Geräten sich verständigen möchte und man ja keine IMs hat, muss man ja nicht SMS zurückgreifen. Da kann man in dem Fall dann auf das iMessage zurückgreifen. Über iMessage könnt ihr natürlich auch Bilder oder Videos schicken, genau wie über MMS oder andere IAM-Dienste. Ja, das funktioniert ganz einfach, sieht auch ganz cool aus im Vergleich zu anderen IAM-Clients. iOS ist ab heute für die Entwickler verfügbar und ab ungefähr, ja, Herbst dieses Jahr für alle anderen Customer. Ja, iOS 5 kommt ja erst im September, das heißt wahrscheinlich auch, dass bis dahin kein neues iPhone kommt. Finde ich relativ schade, weil das dann nicht mehr so in dem Jahresrhythmus bleibt, wie er bis jetzt war. Aber mal gucken, vielleicht kommt dann ja ein extra gutes mit, sogar kein Antennenproblem. Ein weiteres neues Feature, was jetzt auf der WWDC vorgestellt wurde, ist die iCloud. Die iCloud synkt euer Mail, Kalender und Adressbuch unter verschiedenen Geräten, das heißt mit eurem Mac, iPhone oder iPad. Unter den Geräten synkt es halt. Ja, es ist kostenlos. Ihr bekommt, was ich ganz cool finde, ein Mail-Account mit adme.com. Eure neuen Nachrichten werden automatisch an alle Geräte gepusht. Ja, und es wird keine Werbung darin geben, das hat Steve sogar eben gerade gesagt. Also komplett werbungsfrei, keine IIS und alles mögliche. Im gleichen Zug damit kommt auch noch eine Änderung für den iOS App Store. Nämlich ihr könnt euch wie im Mac App Store die gekauften Apps oder runtergeladenen Apps einfach über einen simplen Tipp auf den Button nochmal runterladen. Die iCloud backupt noch automatisch euer komplettes iOS-Gerät, also eure gekaufte Musik, eure Apps, die Fotos und die Device-Settings. Alle komplett in die iCloud, over the air, nur über WLAN, damit ihr eure Daten über 3G nicht einfach deswegen verbraucht. Ist eine coole Sache, da muss man halt nicht immer an den Rechner gehen, um zu synken. Und man hat eigentlich zu jeder Zeit, wo man im WLAN ist, ein Backup zur Verfügung. Ja, im Großen und Ganzen war es das von der WWDC 2011. Das waren so die größten Features oder die größten Neuerungen. Für die weiteren kleinen, für die Kleinigkeiten könnt ihr euch dann ja mal den Apple Stream angucken. Der müsste die nächsten Tage wahrscheinlich im iTunes Store erhältlich sein oder auf der Webseite zum Angucken bereit sein. Und ja, das war's vom Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.